Mein Name ist Clemens Sedmark. Ich leite in Salzburg das internationale Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen. Das ist eine kirchliche Einrichtung, die sich beschäftigt mit Wissenschaft für Menschen, ganz lebensnahe Fragen versucht zu bearbeiten. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und wohne in der Kirche am Wallersee und arbeite sonst auch noch in London an einem Lehrstuhl für Soziale. Wir haben uns angesichts des Umstandes, dass wir hier oben am Mönchsberg sind, zudem eine Stiege führt, zu einer Himmelsstiege entschlossen. Wir wollen Menschen einladen, über die Clemens Holzmeister Stiege in den Himmel des Internationalen Forschungszentrums zu kommen. Da werden wir einige Stationen aufbauen und dann oben eine kleine Veranstaltung. Inspiriert wurden wir für das Projekt durch ein Buch, das ich mit einem Journalisten gemacht habe, wie man vielleicht in den Himmel kommt, wo wir uns beide überlegt haben, was ist wichtig, um als Mensch ein gutes Leben, das vielleicht auch gottgefällig ist, führen zu können. Offener Himmel, als Theologe denkt man sofort an Bibelstellen, Jakob, der den Himmel offen sieht und die Engel auf- und niedersteigen auf einer Himmelsleiter, Stephanus, der den Himmel sieht, bei seinem Martyrum den Himmel offen sieht, bei der Verklärung Jesu der offene Himmel und die Stimme aus der Wolke. Also es ist eine Situation, wo Erde und Himmel, Gott und Mensch zusammenkommen und dem Menschen klar wird, wie wunderbar alles doch sein könnte und sein wird.